Ein solcher Ausraster würde mich im normalen Leben wahrscheinlich mehrere hundert Euro kosten. Nicht aber hier im Rage Room. Hier kann man nämlich wahllos Gegenstände kaputt machen, was das Zeug hält und einfach mal richtig Dampf ablassen. Die Idee zum Zerstörungsbusiness hatte Inhaber Luis Arroyo vor etwa einem Jahr. Eines Tages, als ich gerade gekocht habe, ist mir ein Glas heruntergefallen und zerbrochen. Das war aufregend und da habe ich mir gedacht, vielleicht gefällt das ja auch anderen Leuten. Und ganz nebenbei glaube ich, es hilft ihnen und gibt ein Ventil zum Stress ablassen, welches sie sonst nicht haben. Der Termin für einen Besuch im Rage Room muss online oder telefonisch vereinbart werden. Vor Ort gibt es anschließend noch einiges zu beachten. Sie müssen eine Haftungsfreistellung unterzeichnen. Es handelt sich um eine gefährliche Aktivität, es kann also immer etwas passieren und wir versuchen es so sicher wie möglich zu gestalten. Nachdem unterschrieben wurde, bekommen sie einen Overall, um die Klamotten zu schützen, einen Helm, um den Kopf zu schützen und eine Schutzbrille, denn es kann überall Glas herumfliegen. Wir versuchen so viel Sicherheit wie möglich zu gewährleisten, trotz gefährlicher Umgebung. Und dann kann es auch schon losgehen. Besucherinnen und Besucher können je nach Belieben zwischen verschiedenen Levels entscheiden. Von 15 Minuten, die sich ideal zum Stressabbau eignen, bis hin zu einer Stunde ist alles möglich. Preislich geht es ab 30 Euro los. Die Materialien zum Zerstören bekommt Louis auf ganz unterschiedliche Weise. Ich versuche Material über eBay oder den Gebrauchswarnhof zu finden. Hauptsächlich bekomme ich die Sachen aber über die Erlanger Trödelhalle. Wir haben eine Partnerschaft und er hilft mir, das zu finden, was ich brauche. Von der Kundschaft wird das Konzept gut angenommen. Laut Louis kommen viele Menschen teilweise frustriert an und verlassen die Location aber überglücklich. Neben Glücksgefühlen macht sich bei mir aber vor allem eins bemerkbar, nämlich die Anstrengung. 40 Minuten wurde mir gesagt, hat man Zeit, um hier den ganzen Raum zu zerlegen. Nach 15 bin ich jetzt schon fertig. Ich muss sagen, es macht wirklich richtig, richtig viel Spaß, ist aber auch extrem anstrengend. Also ich habe das Ganze auch ein bisschen unterschätzt. Und ich bin jetzt wirklich fix und fertig, aber eine Tasse, die zerschlage ich noch, die habe ich noch übrig.